Hallo und herzlich willkommen bei Proofoot. Ich sitze in meiner neuen Werkstatt. Da wir gar nicht lange drum herum rennen, heute möchte ich meine neue Werkstatt zahlen. Ein bisschen erklären, warum das Ganze, aber zuerst kommen wir zu der Werkstatt. Also die Werkstatt hat knappe 60 Quadratmeter. Da sieht man eine Treppenhaffe, das heißt oben ist noch ein Speicher, der nicht stark ausgebaut, der ist in der Mitte, kann ich stehen, ist zwei Meter fünf oder zwei Meter zehn, ist in der Mitte hoch und zum Rand fällt er runter. Da oben könnte ich mit dem Materiallager ein bisschen sowas machen. Da war früher schon mal so eine kleine Schreinreicherin, kurz bevor ich reinkommen bin, war so eine Schrauberwerkstatt hier drin. Ja, einfach so eine alte Halle, Betonbohn relativ gerade, 3,50 Meter hoch, glaube ich, ein großes Rolltor, ein isoliertes Rolltor. Das heißt, die besten Voraussetzungen. Ich habe einen eigenen Kraftstromanschluss. Wie man sieht, habe ich als Euer erst einmal gleich meinen Unterverteiler montiert. Den Unterverteiler, den ich in diesem Video gebaut habe mit der integrierten Abschaltautomatik. Die ganze Halle, die ganze Halle hat ein bisschen so ein, in Anführungsstrichen, ein wenig so ein Industrie, Industriegebäudecharakter, bisschen nur. Und den möchte ich auch erhalten. Ich habe jetzt das in der Werkstatt daheim gemerkt, das wird keine reine Holzwerkstatt. So wie es viele von euch haben, wie es der Frank von Frank's Shed gemacht hat, mit Holzbohnen und so weiter. Ich muss aber sagen, ich bringe, was das angeht, ein bisschen zu Allrounder. Das heißt, ich möchte da drin auch schwarzen können. Ich möchte flexen können, ohne dass ich dann mir einen Boden kaputt mache. Ich möchte irgendwo ein Psy hängen und lackieren können, ohne dass ich... Moment. Ohne dass ich dann Riesenprobleme kriege und irgendwas. Ich will das so erhalten. Absichtlich. Früher habe ich da auch ein bisschen anders tickt von diesen Hochglanz-Werkstätten, wo ich dann immer alles bereue. Egal, was ich mache. Und dann tropft ein Lein oder keine Ahnung. Ich tue meinen Kettensäck reinigen und dann rinnt mir irgendwo ein Öl oder ein Benzin oder irgendwas ein und dann haben wir wieder am Boden versaut. Und ich mag das nicht mehr. Bisschen... Mir geht es ums Arbeiten. Mir geht es ums Handwerken. Wirklich, um Sachen selber zu machen. Natürlich, groß nur, dass man ein bisschen filmen kann, weil man das halt einfach am Herzen liegt. Ich habe auf Instagram die letzten Tage immer schon wieder mal ein bisschen was gepostet. Und da habe unter anderem diese Sammelhalter gezeigt und vorgestellt. Ich habe die Zeige in der ganzen Halle hier drin. Da hänge ich dann meine Kabel ein. Da ist sofort ein Kommentar gekommen, es gingen auch Kabelkanäle und das würde besser ausschauen. Nein, das schaut in einer 50 Jahre alten Halle nicht besser aus, weil da alles schief und bugelt ist. Und wenn ich da ein Kabelkanäle auf dem 100er machen kann, habe ich erstens wesentlich mehr Temperaturprobleme, wenn da ein Haferkabel drin sind. Und das schaut krumm und bugelt aus und passt zu dem Stil nicht dazu. Wo es gegangen wird, waren Kabelrinnen, für Metallwannen, Kabelrinnen. Aber das war mir einfach zu teuer. Dieser Aufwand war mir für da zu teuer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Schlaufen gäbe es auch in Metall, wäre vielleicht noch eine bessere Optik gewesen. Aber die habe ich zu Hause gehabt. Die gibt es auch so klein, dass man nur vier, fünf Kabel rein kann. Natürlich gibt es auch so groß, dass ich 20 Kabel reinbringe. Das Gute ist, ich kann das jederzeit... Ich mach den Clips auf, leg die Kabel da rein, mach den wieder zu. Kann es auch so durchziehen. Man kann die so an der Decke montieren, kann die so, man kann die an die Wand montieren. Das ist furchtbar einfach. Ich kann jederzeit ein Kabel dazulegen. Bei mir ändert es ja doch auch wieder was. Man kann es ohne Probleme rausziehen und die Decke da oben ist richtig dick eingebredet und darunter dann irgendein Schilfgewebe und verputzt. Das heißt, ich brauche da nicht irgendwie bohren. Ich nehme da einfach nur lange Schrauben, bohre es auf und fertig. Das heißt, auf eine Stunde haben wir die Halter in der kompletten Halle aufgehängt. Da hinten, wie sieht man das jetzt? Ja, bis dahin sieht man es. Da hinten ist das Loch. Warum das da ist, weiß ich nicht. Das ist so eine Ausbuchtung. Das wird von außen weggerissen, zugemauert. Das wird von außen zugemauert. Das heißt, ich würde da hinten die Wand verkleiden, aber nur ein bisschen. Ich werde da nur das Loch zumachen. OSB, irgend sowas. Und der Rest können wir da so Lattungen hin, weil ich den Bereich da hinten möchte komplett, komplett French Glead machen. Aber nicht, um in dem French Glead die ganzen Kleinteile und so weiter, 100 Millionen Halter zu machen, sondern um eben Schränke, Bohrerschränke und so weiter befestigen zu können oder dann für bestimmte Jigs, die man dann aufhängen kann, dass die verräumt sind. Ich habe jetzt da vorhin nur Platz. Warum nicht? Zur Elektroinstallation kommt natürlich ein Video, ob jetzt eins oder ab, das sich mehrere erwähnt wird. Ich habe auch ein bisschen Ausbesserungsarbeit gemacht und habe schon ein bisschen gemalert, wo mich das stört. Aber wie gesagt, ich möchte da gar nicht zu viel einhängen. Ich habe da mittlerweile ein wenig umgedacht. Wichtig ist mir, dass ich dann die Tätigkeit machen kann. Es geht nicht immer nur um das fertige Produkt, in meiner Meinung, sondern es geht auch um das Arbeiten. Und wenn ich jetzt schon dran denken muss, wenn ich da vorne irgendetwas abflexe, dass ich dann hinterher irgendwas optik, oder vorher was optik, hinterher das, was ich wieder sofort weg tun muss. Dass ich auch nicht irgendein Funkenflug in die Mauer hingehe, weil ich alles mit OSB verkleidet habe. Dass ich da, nein, will ich nicht. Will ich einfach nicht mehr. Da daraus ist ein Stellplatz vor dem Halltor. Da kann ich mein Auto hinstellen, ohne dass ich wegfahren muss. Zwischen mein Wohnhaus und da sind zwischen 5 und 10 Minuten Fahrzeit. Und bei dieser Fahrt komme ich an zwei Bäckereien vorbei. Frühstück ist gesichert. Ursprünglich habe ich überlegt, ob ich den Boden, irgendeine Bodenfarbe drauf mache oder Beschichtung oder irgendwas. Das sind aber alles so Sachen. Ich bin ein Handwerker, ich bin Baustein geworden. Also ich habe nicht leicht das Problem, dass ich vier Stunden an derselben Stelle stehe und dann hinterher sage, Ah, da zählt es aber vom Beton kalt rauf. Sollte ich irgendwo, wo ich mehr hin muss, dann legen wir so Gummimarken hin. Die gibt es ja industriell, die Gummigittermarken, wo ich irgendwo vor einer Stammbarnmaschine oder vor einer, keine Ahnung, Schleifstation, die da hinkommt, kann ich das immer noch machen. Grundsätzlich bin ich mit dem System top zufrieden. Dann habe ich, weil ihr seht ja da einen Haufen Dachladen umeinander legen, habe ich das gestern auch auf Instagram kurz gezeigt, habe ich sofort eine Nachricht gekriegt, Ja, wo hast denn du die Dachladen her? Der Baumarkt hat ja zu. Sofern zum Thema Corona da sind alle ein wenig nervös. Erstens einmal bin ich Gewerbetreibender. Ich kaufe beim Baumarkt ein Holz sowieso nicht. Ich kaufe es beim Holzhandel in einem Sägewerk oder sonst irgendwas. Und das geht ja für Gewerbetreibende immer. Ich könnte jeden Tag irgendwo hinfallen. Allerdings dieses Zeug habe ich vor Monaten schon gekauft. Das habe ich nämlich immer daheim. Wenn man ein Haus am Garten hat, so einen YouTube-Buzzle-Kanal, braucht man da sowas immer einmal. Das heißt, das habe ich eigentlich immer auf Lager. Ihr seht es in verschiedenen Längen. Das haben wir auch im Sägewerk schon so schneiden lassen. Da unten, unter der Treppe meiner, weil man es jetzt schon so schön sieht, da möchte ich Wertbänke neu bauen und da möchte ich meine Schleifgeräte drauf da. Da hier hinten, die ist wieder zugemacht. Da hier hinten möchte ich meine Küchenzeile hinmachen mit der Hängenschränke. Der Rest wird French Cleat. Auf dieser Seite möchte ich meinen Kapsägestand hermachen. Da, wenn man reinkommt, da möchte ich mein Plattenlager und da oben drauf für die Topladen das Langholz. Oben im Speicher stelle ich zwei, drei, vier bis acht Regale auf. Da tue ich dann das ganze Kleingzeug auf, wo es ja jeder Sofa hat. Auszüge, Rollen, hunderttausend Sachen, die man nicht ständig braucht, kommt da oben drauf. Ansonsten möchte ich also da eine, ich habe ja eine Werkbank gebaut, mit den Auszügen zum Plattenschneiden. Das Video kann ich auch mal verlinken. Ich möchte da eine neue Werkbank, wie ich es in meinem ganz früheren Werkstock gehabt habe. 1,25 Meter auf 1,25 Meter. Wieder aus Plattenmaterialien mit einer Arbeitsplatte oben mit einem 19 oder 20 Millimeter Loch um. Vielleicht sogar zwei. Die andere mag ich da nicht mehr. Und ich will auch hier nicht mehr, wo momentan die Werkbänke, die gebaut werden, die Multifunktion mit, weiß der Geier was. Habe ich mich davon abgeschaut, mag ich nicht mehr haben. Ich mag eine vernünftige Werkbank, natürlich mit Unterschrank, mit Schubladen, wo man das Werkzeug drin hat. Vor allem, wenn man eine freistehende Werkbank hat. Brauche ich ja an der Werkbank irgendwo ein paar Schubladen, wo ich das Werkzeug, das ich ständig brauche. Sonst muss ich die ganze Zeit irgendwo an eine Werkzeugwand hinlaufen, das will ich natürlich nicht. Der Bereich, da hier vorne, ist für Metallbearbeitung reserviert. Da möchte man selber so einen Schweißtisch bauen. Nicht riesengroß, weil ich fange jetzt da nicht an riesig zu machen. Aber ich will das halt einfach machen. In die Mitte rein, kommt meine Kreissäge. Auf Rollen, da möchte ich meine Holzbahn TS 250. Möchte ich mehr oder weniger mobil machen. Und dann so ein Outfit-Table, wenn ich einen größeren Tisch mache. Das kommt dafür nicht, dass ich das ein wenig weiter hin und her rollen kann. Da oben kommt noch die Ständerbohrmaschine. Da hinten werde ich einen Hobel noch hinstellen. Einige Videos. Ich glaube, dass das für den einen oder anderen ganz interessant ist. Auch die Elektrotechnik. Was ich jetzt nicht brauche. Was alle anderen immer sagen. Schreibt mir in die Kommentare, was für Tipps und Anregungen und so weiter. Das brauche ich gar nicht. Ich weiß, was ich möchte. Und das bauen ja auch einer. Ich habe ja schon den einen oder anderen Kommentar gekriegt. Eben auf Instagram. Die Bruchtbuddy, das möchte ich hier und so weiter. Die ist ja gut. Du brauchst ja die Bruchtbuddy sowieso nicht immer. Ich muss sagen, ich finde das mega. Genau so habe ich mir ein Werkstatt vorgestellt. Ich kann mich da entfallen. Ich kann auch dann einmal ein bisschen... Vielleicht habe ich jetzt vor, dass ich malke. Malke? Da muss man dann ein wenig sowas haben. Man muss ein wenig malke. Malke? Ich hoffe. Ihr seid einverstanden mit der Geschichte, warum ich das privat daheim nicht mache. Habe ich... irgendwie behelligend. Das muss nicht sein. Das wird meine Werkstatt. Das wird meine YouTube-Werkstatt. Mein Hobby-Werkstatt. Hat mit meiner Gewerbetätigkeit, mit meiner Firma nichts zu tun. Das ist komplett getrennt. Da sehe ich da rein. Vielleicht einmal ein Waschmaschinenzeug und einmal ein Waschmaschinenricht. Kann ja durchaus sein. Hat aber mit meinem Gewerbe dann nichts zu tun. Es ist noch viel Arbeit. Es ist viel zu tun. Wer mich unterstützen möchte und so weiter, schaut unten in die Amazon-Wunschlisten ein. Ein PayPal-Me-Link. Da bin ich natürlich sehr dankbar für die ganzen Geschichten, die ich da reinhänge. Eins könnte auf alle Fälle sicher sein. Alles das von der Amazon-Wunschlisten sowieso, aber auch alles das, was über das PayPal-Me reinkommt, wird in den Kanal investiert. Sei es Kameratechnik oder Material für zukünftige Projekte, für den Ausbau von dem Ding. Denn es ist jetzt nicht so, dass ich meinen nächsten Urlaub mit dem PayPal-Me-Link buche. Ich hoffe, es sind ein paar dabei, die sich mit mir freuen, weil ich freue mich wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig. Da herunter zum Arbeiten, zum Handwerken, jetzt auf das Herrichten, dann das erste Mal einen Rundgang machen. Da herunter sich wirklich entfalten. Das ist einfach wirklich, ich trau mich schon davon. Ich kann mir das so gut vorstellen, auch das Filmen ist natürlich in so einem ganzen Großen, das ist ja eh nicht so groß, aber für meine Verhältnisse ist es sehr groß. Und da ist jetzt Filmen natürlich viel angenehmer. Man kann verschiedene Perspektiven einnehmen. Auch die Raumhöhe, man hat da nicht jedes Mal die Texte drin. Klar, klar, das braucht vielleicht der eine oder andere nicht daheim oder kann das nicht machen. Ich kann das machen. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann nicht immer nur dann sagen, ja Hobby und Hobby und Hobby. Deswegen sind ja die Projekte genauso für irgendeinen Heimwerker nachzuvollziehen, die gemacht werden. Nur ich tue mich halt leichter, vor allem wenn ich fünf oder sechs Projekte gleichzeitig kann, kann ich mir irgendwo hinstellen. Und Hobby ist sie irgendwann nicht mehr. Wenn man mit YouTube Geld verdient, ist sie nicht nur Hobby. Natürlich ist das meine Leidenschaft und mein Hobby. Aber ich habe halt viele Leidenschaften. Wurscht, ob das schwarztisch ist oder ob das irgendwie die Werkbank ist oder sonstige irgendwie Projekte. Meine Frau wünscht sie eine Hollywood-Schaukel. Verzeiht mir das. Das ist nicht Schadenfreude oder irgendetwas oder Besserwisserei. Ich freue mich einfach narrisch, dass das da geklappt hat. Und ich freue mich auf die komplette Arbeit darin, aufs Einrichten dann und dann aufs Filmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.